Wir sehen uns bald wieder. Bitte sieh das nicht als Goldmedaille. Und kümmert euch gut um das Baby, ja? Eric Liddell. Das bin ich. Der Olympiasprinter. Wieso sind Sie in China? Ich bin Lehrer. Rein mit euch. Hopp, hopp, hinsetzen. Nein! Nein, Song! Sie sollten mit Ihrer Frau und Ihren Kindern heimreisen. Florence würde doch dasselbe tun. Wir wollen den Menschen hier helfen. Wir können nicht weglaufen, sobald es ein bisschen Ärger gibt. Aus dem Weg! Feierabend ist das Gebäude! Was soll das, bitte? Das ist ein Haus Gottes. Sie haben kein Recht, hier zu sein. Wir sind im Krieg. Sie müssen Medikamente bereitstellen. Wir haben keine Medikamente. Ich will noch ein Rennen. Wenn ich gewinne, darf ein Besucher reinbringen, was wir brauchen. Sie können das Rennen nicht gewinnen. Sie werden sterben. Ich habe immer gesagt, dass es die Gebete der anderen waren, die mich zum Sieg trugen. Geben wir Ihnen einen Grund zu beten. Sie haben einen Grund zu beten. Ja!